Gerardo Sioanes Wutrede nach Hoffenheim-Niederlage sorgt für Aufruhr bei Borussia Mönchengladbach. Die Niederlage von Borussia Mönchengladbach gegen die TSG Hoffenheim hat nicht nur die Fans enttäuscht, sondern auch Trainer Gerardo Sioane zur Weißglut gebracht. Nach dem turbulenten 3-4 Spiel ließ der Coach seine Emotionen freien Lauf und orderte eine unkonventionelle Maßnahme an, eine Wutrede, die die Spieler zum Nachdenken zwang. Die Enttäuschung über die vermeidbare Niederlage war greifbar, als die Mannschaft nach dem Spiel aus Hoffenheim zurückkehrte. Doch anstatt sich einfach zu verabschieden, mussten die Spieler auf Anweisung von Sioane im Borussia-Park bleiben. Dort erwartete sie eine emotionale Ansprache des Trainers, der die mangelnde Erstligatauglichkeit seiner Mannschaft deutlich kritisierte. Zur Zeit kann niemand bei der Borussia so wirklich überzeugen, soll Sioane während seiner Rede betont haben. Die Kritik richtete sich nicht nur an einzelne Spieler, sondern umfasste das gesamte Team und seine Leistungsfähigkeit in der Bundesliga. Die Wutrede war jedoch nur ein Ausdruck der Frustration, die Sioane nach dem Spiel empfand. Auf der Pressekonferenz verteidigte er seine Entscheidungen und betonte, dass die vielen Gegentore nicht auf taktische Fehler zurückzuführen seien, sondern auf individuelle Patzer. Obwohl vereinzelt Kritik an Sioanes taktischen Entscheidungen laut wird, genießt der Trainer weiterhin das Vertrauen der Verantwortlichen und der Mehrheit der Spieler. Roland Wirkus, der Sportgeschäftsführer von Borussia Mönchengladbach, betonte bei der Mitgliederversammlung, dass die kommende Saison gemeinsam mit Sioane angegangen werde. Gerardo ist ein herausragender Entwickler und Kommunikator. Er ist bereit, mit weniger gekaufter Qualität, aber mit viel Potenzial zu arbeiten, lobte Wirkus. Er bringt alles mit, um mit unserer Mannschaft die gesteckten Ziele zu erreichen. Trotz der Niederlage und der darauf folgenden Wutrede ist die Unterstützung für Sioane innerhalb des Vereins nach wie vor stark. Die Spieler und Verantwortlichen zeigen sich entschlossen, gemeinsam an Verbesserungen zu arbeiten und in der nächsten Saison wieder erfolgreich aufzutreten.